Herzlich Willkommen zum dritten Teil unserer E-Lecture Energiespeicherung. Wir wollen uns heute mal elektrochemische Energiespeicherung, da vor allem die Batterien, ansehen. Wir sind in unserem Optionsbaum, also jetzt in die Mitte gerutscht, wir sind bei den ersten chemischen Energiespeichern und haben jetzt hier bei Batterien es mit drei verschiedenen Unterklassen zu tun. Wir kennen drei verschiedene Grundtypen von Batterien. Da gibt es die sogenannten Primärzellen, es gibt die Sekundärzellen und die Reihe lässt sich fortsetzen, dann kommen noch die Tertiärzellen. Was hat es damit auf sich? Eine Primärzelle ist eine Batterie, wie man sie so von früher aus dem Supermarkt kennt. Das ist eine Batterie, die kaufe ich, lege die in mein Elektrogerät ein, irgendwann ist sie leer und dann schmeiße ich sie weg und kaufe gegebenenfalls eine neue. Eine Batterie, die nicht wiederaufladbar ist. Das meint Sekundärzelle, äh, Entschuldigung, das meint Primärzelle. Eine Sekundärzelle ist das Gegenstück dazu, eine Sekundärzelle ist wiederaufladbar. Wiederaufladbare Batterien nennt man auch Akkumulatoren oder kurz Akku. Das sind Primär- und Sekundärzellen. Was sind jetzt Tertiärzellen? Entweder ist das aufladbar oder nicht wiederaufladbar. Tertiärzellen sind ein Konzept, bei dem man Speichermedium und Elektrode trennt. Wenn Sie sich sonst so Batterien ansehen, von außen betrachtet ist das einfach eine Einheit. Da gibt es jetzt keine getrennten Elektroden, Speichermedium. Das ist alles in einem einzigen kleinen Einheit zusammengepackt. Wenn ich diese beiden Dinge trenne und mein Speichermedium jetzt durch die Elektroden, durch die eigentliche Zelle hindurch leite, weil das Speichermedium fluidisch ist, kann eine Flüssigkeit sein, kann auch ein Gas sein. Denken Sie an Elektrolyse oder Brennstoffzellen. Elektrolyse und Brennstoffzelle gekoppelt geben auch eine Tertiärzelle, einen elektrochemischen Speicher. Und man kann sowas auch mit Flüssigkeiten machen. Dann sind wir bei Redox-Flow-Batterien. Die werden wir uns nachher noch ein bisschen ansehen. Zunächst einmal wollen wir aber verstehen, was eigentlich hinter elektrochemischer Energiespeicherung überhaupt steht. Das Grundprinzip einer galvanischen Zelle. Zunächst einmal braucht diese Zelle ein Behältnis. Dieser Behälter kann oben offen sein. Er kann, und in vielen Fällen ist er das auch, oben geschlossen sein. Es gibt auch viele Fälle, da muss er geschlossen sein. Werden wir gleich noch näher kennenlernen. Er kann aber in der Grundform erstmal oben offen sein. In diesem Behälter, da sitzt eine Elektrode, die in der Grundform erstmal aus einem unedleren Metall ist. Und eine zweite Elektrode, die aus einem edleren Metall besteht. Edelmetall meint jetzt nicht unbedingt, dass da Gold, Silber, Platin oder so ist. Edel oder unedel meint in der Chemie vereinfacht gesagt nur, ein edles Metall neigt nicht so stark dazu zu oxidieren und dann noch zu korrodieren. Ein unedles Metall oxidiert sehr leicht. Können wir uns also zum Beispiel vorstellen, wir haben eine unedle Elektrode aus zum Beispiel Zink und ein edleres Metall für die edlere Elektrode aus zum Beispiel Kupfer. So, jetzt ist diese Elektrode eingetaucht in eine Elektrolytlösung. Wir haben in diesem Fall zum Beispiel jetzt einfach Wasser. Und das ist aber nicht nur einfach reines Wasser, sondern dort haben wir Ionen des Metalls, das die Elektrode bildet. Also dort schwimmen Zink-Ionen im Wasser. Diese Zink-Ionen sind positiv geladen, das sind Cut-Ionen. Auf der anderen Seite haben wir wieder ein Elektrolyt und wir haben also beispielsweise Wasser, in dem jetzt Kupfer-Ionen auch diese positiv geladen drin sind. Jetzt müssen wir die beiden Bereiche noch trennen. Wir setzen da einen Separator dazwischen. Auch das ist letztlich wieder eine Membran. Und jetzt verbinden wir die beiden Elektroden elektrisch. Und jetzt können da Elektronen fließen von der einen Elektrode zur anderen Elektrode. Diese Energie können wir abgreifen. Und das Ganze passiert dann, wenn auf der Seite der unedleren Elektrode jetzt die Zink-Atome oxidieren. Oxidieren muss nicht unbedingt heißen, dass sie mit Sauerstoff reagieren. Oxidation heißt in der Chemie erstmal nur, dass sie Elektronen abgeben. Die Zink-Atome geben Elektronen ab und werden zu Zink-Ionen. Positiv geladene Ionen oder auch Cut-Ionen. Diese Elektronen gehen rüber auf die andere Seite, werden dort vom Kupfer aufgenommen. Aber das elementare Kupfer, die Kupfer-Atome, die können die Elektronen nicht aufnehmen. Dann hätten wir negativ geladene Kupfer-Atome. Das funktioniert chemisch nicht. Aber wir haben ja die Lösung. Im Wasser haben wir ja Kupfer-Ionen gelöst. Die sind positiv geladen und die nehmen die negativ geladenen Elektronen auf. Dadurch wird aus den Kupfer-Ionen Kupfer-Atome. Und diese Kupfer-Atome scheiden sich jetzt auf der Kupfer-Elektrode ab. Das heißt, die Kupfer-Elektrode wächst, während die Zink-Elektrode schrumpft. Das ist das Grundprinzip einer galvanischen Zelle. Das Ganze können wir auch wieder rückwärts laufen lassen. Dann legen wir eine Spannung an und treiben die Elektronen auf die andere Seite, bringen dann wiederum die Kupfer-Atome dazu, zu Kupfer-Ionen zu werden. Die gehen wieder in Lösung. Die Elektronen gehen rüber auf die andere Seite, werden dort auf die in Lösung befindlichen Zink-Ionen übertragen. Diese nehmen die auf, werden damit zu Kupfer-Atomen und schlagen sich dann wieder als Feststoff auf der Elektrode ab. Ein Problem haben wir aber noch, wenn wir das so laufen lassen. Wenn es so abläuft, haben wir beim Entladen die Situation, dass Elektronen rüber vom Zink zum Kupfer fließen. Soweit erstmal ist gut. Aber das führt ja dazu, dass meine Kupfer-Elektrode jetzt negativ geladen ist, während meine Zink-Elektrode auf einmal positiv geladen ist. Und jetzt sollen die Elektronen also von der positiven Ladung zur negativen Ladung fließen. Das wird nicht funktionieren, weil die negativen Elektronen ja von der Elektrode, zu der sie hin sollen, abgestoßen würden und von der anderen angezogen würden. Wir müssen also verhindern, dass es zu einer Ansammlung von negativer Ladung auf der Kupferseite und zu einer Ansammlung positiver Ladung auf der Zinkseite kommt. Wie können wir das machen? Nun, die Zink-Ionen bzw. die Kupfer-Ionen, die da in der Lösung sind, die sind da nicht allein in der Lösung. Diese Lösung ist auch elektrisch neutral. Wenn da jetzt nur die Zink- oder Kupfer-Ionen, jeweils Kat-Ionen wären, dann wäre diese Lösung ja stark positiv geladen. Das muss durch ein Anion kompensiert werden. Das heißt, wir haben in der Lösung noch einen zweiten Typ von Ionen, Anionen, die negativ geladen sind. Das können zum Beispiel Sulfat-Ionen sein. Und diese Sulfat-Ionen können auf die andere Seite gehen, also auf die Seite, von der wir die Elektronen wegnehmen, und können den Verlust an negativer Ladung dort ausgleichen, indem wir jetzt die Anionen, diese Sulfat-Ionen, auf die andere Seite rüber geschafft haben. Das ist mal das Grundprinzip, das eigentlich hinter jeder Batterie steckt. Technische Batterien sind nur ganz anders aufgebaut als sowas. Also das, was ich hier skizziert habe, ist im Grunde genommen, wie die Batterie vor 200 Jahren erfunden wurde. Technisch macht man sowas natürlich anders. Und wie machen wir sowas? Nun gucken wir uns als erstes mal die heutigen Batterien ein bisschen an. Und wir gucken mal gleich auf die wiederaufladbaren Batterien, also auf Sekundärzellen. Und da gibt es einen ganzen Zoo von Optionen. Früher waren sehr weit verbreitete Nickel-Cadmium-Akkumulatoren, die sind heute nicht mehr so wichtig. Eine andere, recht alte Technologie von wiederaufladbaren Batterien, die heute noch eine Rolle spielt, sind Bleibatterien. Und eine relativ neue Technologie, die man erst seit wenigen Jahrzehnten hat, die eine große Rolle in der modernen Batterietechnik spielt, das sind die sogenannten Lithium-Ionen-Batterien. Und da gibt es verschiedene Typen von. Der älteste Typ und wahrscheinlich heute auch noch wichtigste Typ ist der Lithium-Cobalt-Dioxid-Akkumulator. Das ist aber bei weitem nicht der einzige. Wir können statt Cobalt-Dioxid noch ganz andere Dinge da haben. Da kann man sich Titanat vorstellen, man könnte Manganat hinsetzen, Eisenphosphat. Man könnte die Liste noch lang fortsetzen. Man kann auch zu ganz anderen Konzepten kommen. Eine Option könnte sein, dass ich auf der anderen Seite Luft einsetze. So eine Lithium-Luft-Batterie hat ein Riesenpotenzial. Wenn es gelingt, das anständig zu betreiben, dann hat man eine richtig gute Batterie mit riesiger Energiedichte. Da gibt es aber noch große Herausforderungen. Das ist relativ schwierig. Wir gucken uns jetzt mal ein einfacheres Beispiel an. den Lithium-Cobalt-Dioxid-Akku. Wie sieht der aus? Lithium-Cobalt-Dioxid-Akku, Lithium-Cobalt-Dioxid-Batterie, hat als erstes mal ein Gehäuse. Und, ganz wichtig, dieses Gehäuse ist geschlossen. Es darf keinen Kontakt zur Luft geben, weil das elementare Lithium mit der Luft und vor allem mit der Luftfeuchtigkeit sofort reagieren würde. Sprich, unsere Batterie würde eigentlich anfangen zu brennen, wenn da ernsthaft Luft und Luftfeuchtigkeit reinkommt. In diesem Gehäuse, da haben wir jetzt Lithium-Atome drin. Die füllen nicht die gesamte Zelle, die füllen vereinfacht gesagt nur die Hälfte. Auf der einen Seite haben wir eben die Lithium-Atome und auf der anderen Seite haben wir Kobalt-Dioxid. Wir haben also Kobalt-Ionen, die sind vierfach positiv geladen und Oxid-Ionen, also Sauerstoff-Ionen, die sind zweifach negativ geladen und die bilden da jetzt ein Ionengitter, das wir da auf der anderen Seite haben. Zwischen den beiden Bereichen haben wir wieder eine trennende Membran und die beiden Bereiche verbinden wir jetzt elektrisch. Also wir haben quasi Spannungsabnehmer im Inneren, über die Elektronen abgeführt werden können und dann auch über eine Last laufen können, wo wir Strom abgreifen. Was passiert jetzt chemisch? Wir haben auf der rechten Seite in dem Diagramm die Lithium-Atome. Diese Lithium-Atome sind ein sehr unedeles Metall. Das heißt, die wollen sehr gerne ihre Elektronen eigentlich abgeben. Ein Lithium-Atom gibt sein Elektron ab und dieses Elektron wird jetzt von dem Spannungsaufnehmer aufgenommen, rüber transportiert, fließt über die Last, wo wir jetzt dann irgendeine Arbeit damit verrichten können und geht rüber auf die andere Seite, geht ins Kobalt-Dioxid hinein. Im Kobalt-Dioxid wird es aufgenommen. Welches der beiden Ionen, Kobalt oder Oxid-Ionen, nimmt jetzt das Elektron auf? Nun, das Oxid-Ion ist bereits zweifach negativ geladen. Wenn es noch ein weiteres Elektron aufnehme, wäre es dreifach negativ geladen. Dreifach negativ geladene Sauerstoff-Atome gibt es nicht. Das ist chemisch eigentlich nicht wirklich machbar. Bleiben also nur noch die Kobalt-Ionen übrig. Die Kobalt-Ionen sind vierfach positiv geladen. Und diese nehmen jetzt das Elektron auf und damit wird aus den vierfach positiv geladenen Kobalt-Ionen dreifach positiv geladene Kobalt-Ionen. Jetzt haben wir wieder die Situation, wir haben Elektronen von der einen Seite auf die andere Seite rüber geschafft. Das bedeutet ja in der Konsequenz, wir haben auf der einen Seite eine positive Ladung und auf der anderen eine negative Ladung. Das müssen wir wieder ausgleichen. Und dieses Mal sind es nicht Anionen, die von der einen Seite auf die andere gehen. Es ist nicht so, dass die Oxid-Ionen jetzt rüber zum Lithium gehen, sondern stattdessen geht das Lithium rüber zum Kobalt-Dioxid. Also die Lithium-Atome, die zu Lithium-Ionen geworden sind, diffundieren hinüber durch die Membran und lagern sich in die Struktur des Kobalt-Dioxids ein. Chemisch haben wir also die Situation, dass wir aus Lithium und Kobalt-Dioxid so eine Mischverbindung namens Lithium-Kobalt-Dioxid herstellen. Und dabei können wir viel Energie abgreifen. Soweit wäre es das fast auch schon nochmal, wenn da jetzt nicht das Problem wäre, dass wir ja eigentlich gerne eine Sekundärzelle hätten, also eine Zelle, die wir wieder aufladen. Wiederaufladbarkeit bezahlt man oft mit einem gewissen Preis. Und genau das haben wir hier. Um Wiederaufladbarkeit zu gewährleisten, haben wir auf der einen Seite nicht einfach nur Lithium, sondern wir haben Lithium, das eingelagert ist in einen anderen Stoff, wie zum Beispiel Graphit. Warum tun wir das? Es ist ja erstmal total unerfreulich, dass wir ja jetzt durch dieses zusätzliche Graphit zusätzliches Gewicht haben, wir reduzieren unsere Speicherdichte, also deutlich. Aber wir haben ein Problem beim Wiederaufladen ohne das. Wenn wir zum Wiederaufladen einfach nur die Elektronen auf der Seite vom Lithium zuführen, die Lithium-Ionen zurückdiffundieren lassen, sich dort entladen und zu Lithium-Atomen werden lassen, dann haben wir eine sogenannte dendritische Kristallisation. Heißt auf gut Deutsch, das Lithium kristallisiert nadelförmig. Und diese kleinen Nadeln würden irgendwann die Membran durchstechen. Und das wäre sehr unerfreulich, weil dann hätten wir einen elektrischen Kurzschluss im Inneren. Das darf nicht passieren. Um das zu verhindern, müssen wir jetzt also hergehen und das Lithium daran hindern. Und das tun wir dadurch, dass wir es halt in ein anderes Trägermaterial wie zum Beispiel Graphit einlagern. In der Zelle ist aber noch etwas anderes drin. Wir hatten ja bei unserem galvanischen Element, ich hatte da ja immer Wasser drin. Auch in einer Schwefelsäurebatterie haben wir eigentlich immer Wasser drin. Bei der Schwefelbatterie kommt zusätzlich noch Schwefelsäure dazu, aber es ist immer erstmal Wasser drin. Im Lithium-Akku, egal ob Lithium-Cobalt-Dioxid oder ein anderer, haben Sie nie Wasser drin. Sie brauchen immer ein aprotisches Lösungsmittel, das auch komplett wasserfrei ist. Warum? Nun, Wasser würde halt mit dem elementaren Lithium sofort reagieren. Und zwar sehr heftig reagieren, sprich das Ganze würde Feuer fangen. Und deswegen dürfen wir da kein Wasser drin haben. Und wir dürfen auch kein anderes protisches Lösungsmittel haben. Protisches Lösungsmittel bedeutet, wir dürfen nichts haben, was Protonen abgeben kann. Und das würde zum Beispiel auch bei Alkohol schon passieren. Also Sie dürfen jetzt nicht einfach Alkohol einsetzen, weil der würde letztlich die gleiche Reaktion wie Wasser machen. Nicht ganz so heftig, aber vom Grundsatz her die gleiche Reaktion. Und deswegen können Sie auch Alkohol nicht einsetzen. Sie brauchen also ein komplett aprotisches Lösungsmittel. Man setzt da beispielsweise Stoffe wie Dimethylcarbonat ein. Die gehen keine Reaktion mit dem Lithium dann ein. Zum Schluss müssen wir uns jetzt nochmal überlegen, wie ist das Ding eigentlich aufgebaut. So wie ich das hingezeichnet habe, so wie diese Schema-Zeichnung jetzt hier ist, entsteht ein bisschen falscher Eindruck. Es könnte so ein bisschen der Eindruck entstehen, als wäre ein Lithium-Kobalt-Dioxid-Akku so ein längliches Ding. Also wenn Sie sich eine klassische Batterie ansehen, wie man sie ja auch hier in diesem Präsenter hat, also wäre auf der einen Seite Lithium und auf der anderen Cobalt-Dioxid. So ist es nicht. Wenn dem so wäre, dann hätten wir ja Diffusionswege, also Strecken, die das Lithium-Ion durch den Feststoff dahin durch diffundieren muss, von mehreren Zentimetern. Klingt erstmal nicht viel, ist aber für so eine Diffusion schon durchaus eine Strecke. Eigentlich wollen wir diese Distanz gerne unter einem Millimeter halten. Also muss diese Schicht unter einem Millimeter groß sein. Und genau das führt dazu, dass Batterien oft so stäbchenförmig oder so zylinderförmig sind. Wir haben quasi, das sieht aus wie eine dickere Folie, ist diese Schicht nur. Und diese Folie wickeln wir auf, so quasi spiralförmig. Und diese Rolle, wenn wir die einpacken, gibt die bekannte Form von Batterien. Eine Alternative, die man zum Beispiel in Handyakkus oft sieht, ist, dass man es statt zu rollen, es auffaltet. Ist vom Grundprinzip her aber eigentlich genau das Gleiche. So viel mal zu den Sekundärzellen. Jetzt gucken wir uns mal die Tertiärzellen noch an zum Schluss. Bei einer Tertiärzelle trennen wir, wie ich schon gesagt hatte, Speicher und Wandlung. Wir haben also unser Speichermedium an einem anderen Ort, als wir unsere Elektroden haben. Das müssen wir unser Medium da durchpumpen können. Das heißt, das eigentliche Speichermedium muss fluidisch sein. Im Fall einer Redoxflow-Batterie muss es also flüssig sein. Könnte auch gasförmig sein. Die Konfiguration aus Elektrolyse und Brennstoffzelle mit gasförmigen Wasserstoff. Wir haben das Gleiche mit einem Gas. Jedenfalls dieses Speichermedium, bei Redoxflow-Batterien eben eine Flüssigkeit. Das wird jetzt zwischen den beiden Zellen hin und her oder durch die Zelle hindurch gepumpt. Warum machen wir sowas? Nun, das Problem bei einer klassischen Batterie ist doch, wenn ich doppelt so viel Energie speichern will, brauche ich halt eine doppelt so große Batterie oder zwei Batterien. Dabei verdopple ich meine Menge an Lithium und an Cobalt-Dioxid. Aber ich verdopple ja auch die Menge an Membran, an Lösungsmittel, an dem Grafit, in dem der eingelagert ist. Ich vergrößere die Menge von irgendwelchen Spannungsabnehmern. Ich verdopple eigentlich alles dabei. Durch diese gekoppelte Skalierbarkeit von Energiespeicherung und Wandlung habe ich bei einer Verdopplung der Energiemenge auch eine Verdopplung der Leistung. Das mag im einen oder anderen Fall ganz schön sein. Das führt zum Beispiel dazu, dass die Beschleunigung von Elektroautos so gut ist. Man baut eine relativ große Batterie, hat dabei, als man die Energiemenge hochgetrieben hat, halt auch die Elektrodenfläche hochgetrieben, kann jetzt riesen Leistungen liefern und deswegen beschleunigt das Elektroauto so gut. Das kommt aber zu einem gewissen Preis, weil die Verdopplung meiner Speicherkapazität hat halt auch nicht nur das Gewicht von Lithium und Cobalt-Dioxid erhöht, es hat halt auch mein Gewicht von allem anderen mit erhöht. In vielen Anwendungen brauche ich diese hohe Leistungsklasse nicht, wenn ich große Energiemengen speichern will. Und hier ist es dann eben wichtig, Leistung und Energie separat skalieren zu können. Und da sind wir bei Tertiärzellen und das können uns Redoxflow-Batterien bieten. Hier haben wir mal versucht, so ein bisschen zu illustrieren, wie sowas aussieht. Wir haben unseren Energiespeicher, unser Energiespeichermedium, und das liegt in flüssiger Form in einem Tank vor. Und in einem Tank, da liegt der sogenannte Katholyt vor. Der Name kommt daher, dass man in einer Batterie die eine Elektrode Kathode nennt. Und naja, diese Kathode ist ja jetzt zugleich auch irgendwie der Elektrolyt. Die beiden Sachen zusammengebracht gibt das deutsche Kofferwort Katholyt. Der kann zum Beispiel aus Vanadium basieren. Dann haben wir dort drin Vanadium-5-Ionen gelöst. Und diese Vanadium-5-Ionen können Elektronen aufnehmen beim Entladen. Und sie werden dabei zu Vanadium-4-Elektroden. Also ein fünffach positiv geladenes Vanadium-Ion zu einem vierfach positiv geladenen Vanadium-Ion. Die Anode, die jetzt auch wieder flüssig ist und dementsprechend Anolyta ist, basiert auch wieder auf Vanadium. Hier haben wir jetzt Vanadium-2, also zweifach positiv geladene Vanadium-Ionen. Die geben den Elektron ab. Und dieses abgegebene Elektron führt dazu, dass die Ladung des Vanadium-Ions steigt. Das Vanadium-2 wird Vanadium-3. Um das zu tun, müssen wir sie erstmal zur Zelle bringen. Dazu müssen wir sie dorthin pumpen. Wir haben also zwei Pumpen. Dies, das Katholyt und den Anolyt aus dem Tank in die Zelle pumpen und anschließend wieder zurück in den Tank. Wir haben also mindestens zwei Tanks. Man kann das sogar aus bis zu vier Tanks ausbauen. Dann hat man einen separaten Tank für geladenen Katholyt, Vanadium-5. Einen für entladen Katholyt, Vanadium-4. Einen für geladenen Anolyt, Vanadium-2. Und einen für entladen Anolyt, Vanadium-3. Man kann das aber auch einfach zusammenführen, dass ich einfach einen Tank für Katholyt und einen für Anolyt nur habe. Dann habe ich halt eine Mischung und deren Ladegrad sinkt mit der Zeithalt. Jedenfalls werden Anolyt und Katholyt jetzt durch die Zelle gepumpt. In der Zelle geben sie Elektronen auf bzw. nehmen sie ab. Dafür brauchen wir einen Stromabnehmer. In der Mitte sitzt noch eine Membran. Wir haben Elektrodenfilze, durch die der Katholyt und der Anolyt dann durchströmen. Und die Elektronen, die sie abgeben, die können wir jetzt nutzen, um eine elektrische Last damit zu betreiben. Oder andersrum, beim Laden haben wir halt eine Stromquelle, die Energie reinsteckt. Und jetzt dann wiederum das Vanadium-4 zu Vanadium-5 und das Vanadium-3 zu Vanadium-2 in Katholyt und Anolyt macht. Das ist das Grundprinzip von einer Redox-Flow-Batterie. Eine Technologie, die noch recht neu ist, aber durchaus auch Potenzial hat, in Zukunft in der einen oder anderen Anwendung eine gewisse Rolle zu spielen. So viel mal als kurzer Überblick über die elektrochemischen Energiespeicher, also über die Batterien. Im nächsten Teil, da werden wir uns mit Wasserstoff als Energiespeicher beschäftigen und werden uns dann mal fragen, wie können wir Wasserstoff eigentlich erzeugen und wie speichern wir ihn dann vor allem. Das ist das Grund für Sie. Vielen Dank.